Hey Leute, willkommen und ja, gleich geht's los, das Community Zocken mit mir, Lobius und wenn ihr auf den Server kommen möchtet, beziehungsweise auf den TS, dann vergesst nicht, troubletown.de, TS, Lobius Community und das Passwort ist L0BI, habe ich jetzt hoffentlich richtig gesagt und ja, dann würde ich sagen, ich freue mich auf gleich, wir sehen uns Leute und ich werde jetzt erstmal schön was essen gehen, bis gleich.